So, herzlich willkommen zurück zu, ja wie nennen wir das eigentlich? Let's play Fortnite, ne, let's play together Fortnite Spielwiese Oder, oder, ne, ich spreche so ein bisschen Denglisch aus Let's play together Fortnite Playground Playground, das ist ein English Channel I have Node 1 in my WoWok Test hier Und, ja, I'm, I'm, my, my, my English is very good I'm, I'm the best, I can speak better than Trump I must be president Ja, aber was, was gibt's denn da jetzt so zu lachen? So, in der letzten Folge hat der hier mich noch gekillt, der Leon Das finde ich auch, was ist das denn hier? Wo bist du gelandet? Ja, wolltest du hier irgendwelche geweihten Brücken nachbauen, oder was? Wo bist du denn? Nö, ich, nö, zum Anfang der Folge sag ich dir gar nichts Ja, aber wenn man die ganze Zeit in der Folge von sich weggerannt ist, ist das auch gut Ich bin nicht weggerannt von dir, also nicht speziell, nicht direkt Leute, ich hab keine Waffen, hallo, ich bin, hallo, ich bin, hallo Ich bin nackig, hallo Mein Typ ist, ich hab Sixpack ohne Waffen, hallo, hallo, ist gut jetzt Gottes Willen Ja, dann lass mal vielleicht irgendwas Spannendes hier machen Tschüss Was passiert, wenn ich jetzt hier ins Wasser gehe? Wie sterbe ich dann? Nein Nö, aber nicht mal Planschgeräusche Voll das Slowbob-Spiel Hallo, kannst du mal aufhören? Wundersch Hallo, hör auf, hallo Ich hab ja, hallo, ich hab ja Ich hatte nichts und du bringst mich um Doch, du hattest 120 Metall Ja, das stimmt wohl Die ganzen Materialien hab ich jetzt alles voll Aha, mal gucken, wie lange noch So Ich komm jetzt hier Oh, ich find diesen Gleiter so unnötig Tut mir leid, falls sie Falls es da Leute gibt, die den feiern, aber Ich kann da leider wenig mit an Alter, was brauchst du denn denn jetzt für ein Hochhaus im Fluss? Ja Also die Wasserleitung wird nicht teuer, aber der Strom wird schon teuer Da würde ich nicht wohnen wollen So, was haben wir hier? Ah, erstmal eine Schachtel Zigaretten drin hier Leute, raucht nicht, das ist ungesund Hä, wo schießt du denn hin? Da bist du Jetzt muss der Typ nachladen, hallo Das kenn ich gar nicht Hä Ja Ach, dahinter Oh, keine Wunnen mehr Tschüss Kann ich die Waffe irgendwie Nee Keine Munition mehr Voll das Lowbox-Spiel Ja, weil du nichts kannst, Alter Okay, das sollte ich nicht machen, wenn man zusammen aufnimmt Dann ist das unlustig Es ist auch noch dieselbe Runde wie beim letzten Mal, ne? Ja, ja, stimmt, stimmt Ja, warum auch nicht, ne? Ich mein, es ist ja nur zum Spaß Ey, Junge, du bist voll der Storke, ich hab doch nichts Okay, ich hab voll Ja, wir müssen mal irgendwas, irgendwas Spannendes hier machen Ja, was denn Spannendes hier? Ich geb dir gleich mal was Spannendes hier Nein, warte hier Nein, hier, halt die Klappe, kannst nicht mal Hier, nimm das Tschüss Nee, das ist unfair Hier, nimm das Was ist das denn hier? Krieg mich das um? Nein, du musst dich damit heilen Nein, du musst dich damit heilen Dann kannst du mich oben regeln, oder was? Nö Nein, dann hast du ja volles Leben Ist hier jetzt weg Du warst echt Langeweile da mit deinem Inventory Mit dem neuen Gewehr, ja Was machst du, wenn du keine Muni mehr hast? Oh, scheiße Ich habe 899 Schuss Wie machst du das denn? Ja, Lamas Ja, wie Lamas Die Lam, Lamas Ich hatte keine Muni mehr Ach, Muni Jetzt sag ich schon Muni Alter, Materialien Hast du mich eigentlich umgebracht? Nein Okay, du hast mich umgebracht Hä? Geht doch gar nicht Warum nicht? Verarsch mich nicht Was ist das denn hier für ein Gebilde? Junge Kleiner Dreckiger Tschüss Wie gehst du sonst wo hin? Kannst mich mal Tschüss Ja, ich komme hinterher So, ja, was? So, ja, mach du mal Wie er sich rüberbaut Wie so ein Dreckiger Scheiße Nein, was ist das? Oh, ich war Nein, er ist im Baum gelandet Hä? Was? Ja Fallschaden Alter, die 10 Meter 28 waren es Ach Soll ich das nicht so anstellen hier? Voll der durchtrainierte Kerl hier Mit Sixpack und so Aber keine 28 Meter überleben oder was? Das ist doch voll unrealistisch Warum spielen wir das eigentlich? Dann kannst du mal aufhören hier Tschüss Ich fliege jetzt noch Malle Keinen Bock mehr Gibt es ja Malle? Komm, den da, ja Das glaube ich nicht Das glaube ich nicht Das glaube ich nicht Wo bist du Geil Sorry, aber das sah geil aus Sorry, aber das sah so geil aus Das war geil Oh, das war geil Ich kann nicht mehr Wie komme ich denn da jetzt hoch? Achso Wo bist du? Hä? Was? Was? Hast du eigentlich dadurch viel Fallschaden bekommen? Hm? Nö, ich frag für'n Freund Hm, Fallschaden Ja, ich hab, du bist ja da runtergeplumpst Aus unerklärlichen Gründen Ich glaube, ich hab keinen Fallschaden bekommen Hast du nicht? Hast du? Was ist tot? Alter Ich hab nur noch elf Leben Und ich hab nichts gemalt Nein, jetzt hab ich keine Munni mehr Nein, scheiße Und du hast Und du hast Ah, Mist Ich hatte keine Munni mehr Oh, Mensch Danke für das Wie viel Leben hattest du? Elf Elf Oh, oh Das ist bitter Oh, das ist bitter Aber ich werd besser Ein Schuss Und du hättest mich auch hier Mitgegelt Oh, Mensch Ich fand das so geil Wie du da runtergeplumpst bist Warte, ich will mal ganz kurz was nachgucken Und zwar Nichts machen, bitte Okay, ich hab das schon auf relativ wenig gestellt Was passiert, wenn ich das nur auf Ey, hör bitte mal ganz kurz auf 1280 Mal 720 Alles klar So Okay, es ist schon arg Warte, es ist schon arg ein bisschen Ja, es ist schon arg hässlich Warte, ich muss das mal eben So, dass ich keine Ruckler mehr hab Aber es trotzdem noch einigermaßen schön aussieht Ich weiß, Leon Das verstehst du jetzt nicht Mit schön aussehen Aber, ne Warte, was malst du mich da gerade? Was malst du? Was? Hier, weißt du Das bist du Wie? Was? Was? Wie machst du das? Was ist das? Wie darf ich das verstehen? Hier, guck mal zu mir Warte, kann ich gerade nicht Ich muss nochmal hier kurz Ganz kurz So, hier, komm So, dann hier Ja, so geht's Jetzt guck du mir Ja, tu ich Alter, was ist das denn? Warte Uh Warum macht der mich? Ich lache jetzt So, deine Sachen kannst du haben Aber jetzt durfte ich lachen So, er schießt mich hier symbolisch Das nehme ich persönlich So Weißt du, du bist Weißt du, wie unsozial du eigentlich bist? Weißt du, ich bin Ich bin Genug, mehr als du So, nein Hör mir jetzt zu Nein, das glaube ich nicht Weiß ich nicht Wo steht das? Neben der Zeit rechts Zwei Personen spielen mit Und Zweimal Zielschuss Was weiß ich Was kommt mit dem Ja, über diesen Zielschuss Wie viele? Zwei Ja, ich hab da Das sind deine Kills Ja, ja, gut Okay So, weißt du So, du bist so Unsozial Ne, ich bin blond Und blauäugig Hitler hätte mir nichts getan Und du bringst mich um So Jetzt hab ich's gesagt Hashtag Kate So Wo bist du? Nö, sag ich dir nicht Ist ja Selbstmord Ne, eigentlich nicht Eigentlich nicht So, wollen wir mal Komm ich da hoch? Ah, geil Lobob Ne, eben nicht Lobob Gibt's eigentlich einen Unterschied Zwischen Blowjob und Lobob? Ne, Lobob heißt so viel wie Lusche Das weiß ich Aber Blowjob Da hab ich irgendeine Sexart So wie 89 Ne, 69 89 Wo bist du denn jetzt? Ja, weiß ich nicht Ich bin hier auf deiner schönen Gott, weiß ich, was das sein soll Ich weiß gar nicht Was für ein Material das ist Ich glaub, das ist Stahl Hier dein Stahlweg hier Den du gebaut hast Wo ich dich Wo ich dich abgeschossen hab Hm Ach ja, klar An die schönen Sachen änderst du dich nicht Du bist da, wo du mich gerade eben abgeschossen hast Scheiße Warum bekommt man denn Wasser Falsschaden? Äh, ja Stimmt doch gar nicht Klar stimmt das Nein, ich bin ja hier Dann musst du Also ein bisschen suchen musst du schon Ein bisschen suchen Ein bisschen suchen Jetzt sitzt grad eine Fliege auf meinem Bein Das kann gar nicht sein Ich hab überhaupt nichts gemacht Ich frag mich, wie du mich immer so siehst Ob das bei dir einfach so ein Alarm ist Wo dann einfach dein Kopf vibriert Hör, da ist er Oder ob du mich einfach rausfilterst aus dem Spiel Ob du mich dadurch siehst Ja, aber gerade seh ich dich nicht Oder ob du das Spiel einfach schwarz-weiß gestellt bist Und mich in Knallbunt Ich weiß ja nicht, was in dem Spiel Ja, ich weiß es ja nicht Ist das denn eine Shotgun? Irgendwie nicht Bist du noch da bei den Gebauten hier? Nee, ich bin jetzt hier in der Tomatenstadt Also Der kann ich ja hier lange suchen Na, ich bin da schon noch irgendwie Also Du müsstest dir später mal die Aufnahmen ansehen Besser nicht Warum? Ach stimmt, er kann so ein gutes Gameplay nicht vertragen Ja, Leon, tu mir leid Du bist, ich weiß Ich weiß, du bist neidisch auf mich Es tut mir unheimlich leid Es tut mir wirklich leid Alter, was ist hier in dieser Stadt passiert? Ja, Tomate Die Stadt heißt Tomate Was soll er schon? Wieso? Ja Stirb, Junge Stirb Nein, halt, halt, halt Ja, wie denn? Ach Das ist doch Das ist doch Weiß ich nicht Weißt du, was mich an der Spiel am meisten aufregt? Okay, eigentlich nicht viel Aber Der Respawn Der ist unnötig Also nicht der allgemeine Respawn Sondern die Zeit Zehn Sekunden Ja, unnötig Warte, die lassen einen zehn Sekunden schmollen Du bist tot Tolles Spiel Ja, es ist doch so Wo bist du so? Lack Affe Hast du mein Nur so ne Frage Hast du meinen Loot eingesammelt? Ne, hast du nicht, okay Nur die Materialien Was, was bringt dir das? Ja, Materialien Ey, du hast doch 99 99? Ey, 999 Nicht mehr Ich baue ja auch ein bisschen Ey, der baue ich nicht so Ja, ey, bei mir hat der nicht Okay, ich hab keine Money mehr Aber bei mir hat der auch nicht Ich hab mitten auf deine Beine geschossen Du dürftest überhaupt nicht mehr laufen können Ich find die Schadensanzeige so schwul Oh, 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 oh Oh, Lack Hab ich noch Money? Oh, Headshot Hast du gar nicht Doch Es wird ja Gold angezeigt Wie golden Lass mich mal in Headshot landen Ich hab dich aber auch noch mal getroffen Hm, hast du auch Ja, wie viel Leben Wie viel Leben hattest du? 102 Hä? Wie hier? Jetzt cheatet ihr auch noch 100 ist Maximum Jetzt cheatet ihr auch noch Ja, 100 normal Aber es gibt doch noch 100 Schild, ne? Oh ja Ach so, okay Ach nee, das ist doch hier Wir sind schon wieder bei einer Viertelstunde Boah, manchmal vergeht die Zeit wie im Flug Aber es macht Spaß eigentlich Eigentlich ist es ganz cool So unter sich Ist es eigentlich ganz cool Ist jetzt schon wieder irgendwo anders gelandet Ach du, das weiß ich gar nicht Das kann ich dir gar nicht sagen Ich bin jetzt hier wieder in 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 Also, warte, wenn ich jetzt auf die Karte gucke Wenn das Spiel mich lässt Ich bin hier Okay, Tomaten Tomato statt Okay, okay Dann ist da so ein So ein Platz So ein Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll Ein Platz Nein, ein Platz Platz Ja Wie so ein Treffplatz So was wie Den Alexanderplatz Wo ist der denn? Das hatten wir doch mal in Englisch Komm Alexanderplatz Alexanderplatz Ja Ja Ja, das weiß ich Aber so was wie Bei uns vor der Schule Ist doch auch ein Platz Du musst da jetzt Da fehlt nur noch ein Wort davor Also, nee, das ist ein Wort Und so was halt So was in der Art Wenn du weißt Wenn du weißt Was ich meine Ne Wie heißt das denn Bei uns vor der Schule Den Schulhof Nein 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 Entschuldigung Nein, da ist das Wort Platz drinnen Das fängt mit W an Komm Ey, Leon Ja, gut Ich wollte es jetzt Nee, ich will sowas nicht sagen Weil Dann googelt man am Ende Und dann habe ich Kommentare Ich weiß was Ich weiß, wo du wohnst Okay, so genau Könnte man das gar nicht Wo ist jetzt hier so ein Platz? Ach, da bin ich schon gar nicht mehr Hat zu lange gedauert Oh, nee, wohl doch Da bin Ja, so ich Warte, irgendwie ist die Karte doof Ah, die muss ich einfach so wieder ausblenden Ach, man kann zoomen Mhm Benötige Heilung Ja, das geht ja Markierung setzen Warte mal Die sehe ich aber nicht, ne Ach, nö Das weiß ich wohl Siehst du hier so ein Tunnel? Ein Tunnel? Ja Was für ein Tunnel? Bei so einem gelben Hippiebus Hippiebus, was? Wie? Ich bin ja nicht mehr Also, ja, nicht mehr halt Dann sag mir nur, wo du bist Ich bin jetzt Ja, kann man hier Koordinaten senden? Nee, irgendwie nicht Doch, es gibt, äh Wie bei Schiffe versenken Du musst ja da oben diese Kästchen Ach so Wie bei Schiffe versenken? Ja So kenn ich das Ähm Ja, ja, ich weiß, was du meinst Äh Ja, ich bin in Ja, ich weiß Aber Haben die Namen die Kästchen? Hm Also ich bin Also sagen wir so Ich bin noch Ich bin noch in dem Kasten von Tomato Town Okay, klar Das ist eigentlich logisch Auf diesem Hügel vielleicht drauf? Gibt's hier Hier gibt's mehrere Hügel Da ist auch dieser Hügel mit den zwei Bäumen Sieht fast aus wie ein Controller, finde ich Was? Nee Das kann ich Also, tut mir leid Wenn ich auf die Karte gucke Kann ich dir da nicht wollen Dann komm zu dieser Brücke hier Die Brücke? Scheiße, warte Das wollte ich gar nicht Brücke Du musst ja irgendwo Ja Es sieht aus wie ein Controller Vielleicht Warte Ich baue mich mal so hoch Dass du mich siehst Wie will ich das denn? Siehst du mich jetzt? Nein Nein, noch nicht Hörst du das? Bei dir, ja Aber nicht bei mir Da ist auf jeden Fall ein Lama Okay, jetzt Okay, jetzt hole ich mehr Waffen Und Und bring dich um Weil wir sind jetzt schon wieder bei 20 Minuten Ja, dafür müssen wir uns finden Für diesen epischen Fall Naja, das ist auch Das ist glaube ich Das kleinste Problem Waffen finde ich hier Ah, schon was gefunden Geil Nein, jetzt bin ich runtergefallen Wo bist du denn? Wir müssen irgendeinen Stammhut ausmachen Wenn wir uns treffen Auf der Insel Ach, welcher Insel? Ja, auf der Insel Wow, was für ein Tipp Ja, weiß ich Geil, ne? Ich bin voll der geile Mitspieler Scheiße, wo ist denn jetzt die Kissen? Ich bin auch auf der Insel Ach, was? Was ist ein Zufall Ey, das Schicksal verbindet uns, Alter Das weiß ich nicht Ah, ich hab jetzt Ich hab endlich mal Nein, ich bin jetzt Ach, ich bin jetzt hier wieder bei dem Irrenplatz hier Bei dem W-Platz Da waren keine Sachen dabei? Leck mich am Arsch Äh, da wo du mich eben umgebracht hast Was? Hab ich dich da umgebracht? Kann sein, ja Weiß ich nicht Aber wo ist hier ein W-Platz? Nein Der Platz Der Oh, als Beispiel Junge Das ist nur für ein Mitspieler Voller Lobob Geh nach Tomato Town Zu diesem Haus Mit dem Mit dieser Pizza auf dem Dach Geil Finde ich sofort Hoffe ich Hoffe ich Gut Alles klar Alter, was hier passiert ist Boah, was soll denn passiert sein? Ah, sieh da Was war das? Was war das? War ich das? Ich war das, glaub ich, ne? Ich glaub, ich war das Aber hier, du bringst mich jetzt um Hey, was ist das? Was denn? Ach, du Scheiße Das hat was mit Season 5 zu tun Was? Oh oh Alter, du redest grad in Rätseln Das weißt du, ne? Ja, ich kann das nicht erklären Aber wenn du zu diesem Haus kommst Da hab ich grad so ne große Plattform drüber gebaut Aha, und das soll mir jetzt was sagen Dann kommst du mal hin Ich seh dich da vorne Ja, ja, ich komme Ja, dann komm mal hin Weil hier ist Sowas, äh, ja Ja, Pizza Kann ich nicht so gut erklären Aber hier wird nämlich jetzt dem nächsten Riss entstehen Hast du ins Klo geschissen, oder was? Ein Riss Ach so, ein Riss Ich hab Schiss verstanden Bleib mal stehen Nein Nein, doch, bleib mal stehen Warum? Hallo, du schießt mich doch runter Nein, bleib mal stehen Was bringt mir das denn? Ich will dir was sagen Jetzt guck mal nach ganz oben, an den Himmel Ja, und? Hab ich vorhin schon gesehen Das hab ich vorhin schon gesehen Ja, und? Das hat was alles mit 7 und 5 getut Ja, dann ist das halt so Ach Gott, du machst aus jeder Fliege einen Elefanten Ja, schlimm ist das So, Pizza, wo ist hier eine Pizza? Ah, ich seh dich Ja, ich seh dich Warte mal Nein, nicht schießen Ich baue uns grad ne Arena Eine Arena? Was ist denn das für ne Arena? Für den Fight Ah, bringt nichts, okay Oh So, was haben wir denn hier? Nein, das wollte ich doch gar nicht Voll der Lobob Voll der Lobob Oh, nein, ich bin runtergefangen Voll der Boblo Voll der Bolob Bolob, klar, Bolob Ey, Leon, wir sind schon wieder bei 25 Minuten, ey Ja, du musst hier hinkommen Ja, ich komm noch, du Lobob Was ist denn das für ne Arena? Hallo? Ja, ja, wir werden keine Zeit mehr haben Kann ich irgendwie? Keine Ahnung Ach geil, ich kann das auch runterbauen Ja, ja Ey, wenn du nicht aufhörst Bring ich dich um, Alter Nein, 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 nein Ich bring dich Wo bist du? Komm her Ich bring dich um, ey Ist mir egal Wie? Warte, ich kann nichts setzen Warte Ah, jetzt kann ich Warte Hallo, ist ja gut Ja, jetzt hab ich schon wieder keine Leben mehr Keine Leben Nein, keine Sacht, sacht Nein, 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 nein sigu Ja, Folge zu Ende. Geil. Ey, ich hab gerade Wanderfinger geguckt. Ja. Lassen wir meine Waffen wenigstens noch da. Wir müssen das zu Ende bringen. Was? Wir müssen... Die Folge ist um. Okay, dann machen wir das in der nächsten Folge, okay? Dann machen wir das in der nächsten Folge. Okay, dann freut euch auf ein spannendes Battle. Voll Clickbait jetzt hier. Oh, nee, Clickbait nicht, aber... Nee, ich ärgere jetzt so ein bisschen die Zuschauer, für die, die es sehen wollen. Ja, gut. Ja, gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folgen sind ja sogar einigermaßen okay. Und, ja. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, Leon, was würdest du dann machen? Ja, genau. Den Kanal abonnieren. Daumen hoch geben. Ja, mein Mann. Mein Mann. Die Glocke aktivieren. Genau. Und wenn ihr gesagt bekommt, Nee, wie ging der Spruch? Du hast einen an der Glocke? Wie... Da gab's doch so einen Spruch. Ja, das Joke ist jetzt eh vorbei. Ne, also... Wenn er gesagt bekommt, ja, du hast einen an der Glocke, oder du hast einen Sprung in der Schüssel, dann heißt es immer, ihr sollt Glocken auf YouTube aktivieren. So, merkt euch das. Und, ja. Ja, das sag ich dir nicht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao. Bis dann. Ciao.